Der Rehe und herzlich willkommen zum zehnten Video der Reihe Geschichtsstunde mit Red Wine Lovers 17. Im letzten Video habe ich euch die HMS Hawkins vorgestellt. Heute rücken wir wieder ein Tier nach oben und beschäftigen uns mit dem Tier 5 Schwerenkreuzer HMS Devonshire. Die HMS Devonshire war das fünfte Schiff ihres Namens, das in der Royal Navy diente und nach der Grafschef Devon benannt. Sie hatte eine Länge von etwa 193 Metern, eine Breite von 20 Metern und einen Tiefgang von 6,3 Metern. Angetrieben wurde die HMS Devonshire von Dampfturbinen mit Parsons Getriebe, die 4 Wellen antrieben und eine Gesamtleistung von 80.000 Wellen PS und eine Höchstgeschwindigkeit von 32,35 Knoten oder 59,91 Stundenkilometern erreichten. Im Spiel ist die Devonshire deutlich langsamer und erreicht nur 31,3 Knoten. Die Devonshire hat vier 203 mm Doppelgeschütztürme sowie vier 102 mm Einzellafettengeschütze. In Legends hat das Schiff die gleiche Hauptbatterie, aber statt einzelner Sekundärlafetten hat es Zwillingskanonen. Das gleiche gilt für die Flakgeschütze, während die Torpedorohre wieder dem ursprünglichen Layout mit zwei Vierfachrohren entsprechen. Der Schwerekreuzer, der County-Klasse und der London-Unterklasse, wurde am 16. März 1926 auf Kiel gelegt und lief am 22. Oktober 1927 vom Stapel. Nach ihrer Fertigstellung im März 1929 wurde sie zusammen mit ihren drei Schwesterschiffen London, die es auch im Spiel gibt, Sussex und Shropshire, dem ersten Kreuzergeschwader der Mittelmeerflotte zugeteilt. Dort verbrachte das Schiff die meiste Zeit vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs mit einem kurzen Einsatz bei der Chinastation zwischen 1932 und 1933. Ihr erstes Missgeschick ereignete sich bei einem Umfall am 26. Juli 1929 während einer Schießübung. Das linke Geschütz des X-Turms, des dritten Turms von vorne, hatte eine Fehlzündung. Als sich der Verschlussblock öffnete, detonierte die Treibladung im Rohr und zündete die Ladung für den nächsten Schuss. Bei der Explosion kamen 18 Besatzungsmitglieder ums Leben und die Devonshire musste für Reparaturarbeiten nach England zurückkehren. Kurzer Exkurs, was ist ein Verschlussblock? Nun, das ist der Teil der Feuerwaffe, der den Verschluss einer Hinterladerwaffe vor oder im Moment des Abfeuerns verschließt. Ein Hinterlad ist eine Feuerwaffe, die über das hintere Ende des Laufs geladen wird. Das Gegenteil ist ein Vorderlader, bei dem die Munition über die Vorderseite des Laufs geladen wird. Doch zurück zum eigentlichen Thema. Die HMS Devonshire war zu Beginn des Zweiten Weltkriegs im September 1939 zunächst im Mittelmeer stationiert, wurde aber einige Monate später zur Heimatflotte verlegt. Am 23. November 1939 versenkten die berühmten deutschen Schlachtschiffe Scharnhorst und Gneisenau den bewaffneten Handelskreuzer Ravarpindi in der Nähe der Faroeher. Die Devonshire sowie die Schlachtschiffe Nelson und Rodney segelten vom Clyde aus, um die deutschen Schiffe zu finden, konnten diese aber nicht aufspüren. Im März 1940 wurde die HMS Devonshire zum Flaggschiff des ersten Kreuzergeschwaders und erhielt den Auftrag, Schottland, die Faroeher und Island zu überwachen, um den deutschen Eisenerzverkehr von Norwegen nach Deutschland zu unterbinden. Am 7. Juni evakuierte sie König Haukorn VII., Kronprinz Olaf, Premierminister Johann Nigazwold und andere norwegische Regierungsvertreter aus Thomsø. Dabei kam sie bis auf 80 Kilometer an die Schlacht heran, in der Scharnhorst und Gneisenau den Flugzeugträger Glorias und zwei Zerstörer versenkten. Aufgrund ihrer wichtigen Passagiere wurde der Devonshire allerdings untersagt, in das Gefecht einzugreifen. Die Devonshire wurde der Force M zugeteilt, der Royal Navy Komponente der Operation Menace, einem geplanten Seeangriff auf Dakar im Seligal vor der Landung der Freien Franzosen am 28. August. Am 14. September versuchte die Devonshire erfolglos ein französisches Vichy-Kreuzer-Geschwader auf dem Weg nach Dakar zu lokalisieren und aufzuhalten. Nach zweitägigen Kämpfen bei schlechter Sicht wurde der Angriff jedoch abgebrochen. Allein am zweiten Tag hatte die Devonshire 200 Granaten aus ihren Hauptgeschützen abgefeuert, ohne in einen einzigen Treffer zu landen. Das kann man wohl als ihr zweites großes Missgeschick betrachten. Der Kreuzer blieb im Südatlantik und beteiligte sich im Januar 1941 an der Jagd auf dem deutschen Handelskreuzer Cormoran. Die Cormoran ist ein recht interessantes Schiff, vor allem weil sie ursprünglich das Handelsschiff Steiermark war. Und die Steiermark ist die Region im Süden Österreichs, in der die Wildgänse leben. Nun gut, die Devonshire hatte also den Auftrag, die Cormoran zu finden und zu versenken, was ihr nicht gelang. Was ziemlich problematisch ist, denn die Cormoran entkam und versenkte einige Monate später beispielsweise den australischen Leichtenkreuzer Sydney mit Mann und Maus an Bord. Nun, die dritte Panne würde ich sagen. Die HMS Stevonshire wurde zur Heimatflotte zurückverlegt und eskortierte britische Flugzeugträger, als diese im Juli 1941 Kirkenes und Petzamon in Norwegen und Finnland angriffen. Einige Monate später wurde sie zur Ostflotte verlegt, wo sie Geleitschutzaufgaben übernahm, bevor sie im April 1944 zur Heimatflotte zurückkehrte. Nach dem Krieg wurde das Schiff 1947 zu einem Kadettenausbildungsschiff umgebaut und diente in dieser Funktion bis 1954, als es schließlich zum Abwracken verkauft und abgewrackt wurde. Ja, und somit findet auch unser Video zur HMS Stevonshire ein Ende. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert gerne unseren Kanal, lasst uns ein Like da. Wir melden uns demnächst natürlich mit weiteren Gameplay-Videos zurück und erreichen in der nächsten Geschichtsstunde den Tier 6-Schwerenkreuzer HMS Surrey. Bis bald und derwe!